...papst und dem Herrn Böckler für die Zukunft, dass es immer wieder so steil bergauf geht, wie es in den letzten Jahren war, dass Sie immer ein gutes Händchen haben für Ihre Entscheidungen und ich kann Ihnen nur versichern, bei mir finden Sie immer ein offenes Ohr, wenn Sie irgendein Problem haben, kommen Sie bitte einfach auf mich zu. Ich versuche es zu lösen, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, aber ich bleibe gerne am Ball für Sie. Und wie gesagt, für die Zukunft alles, alles Gute. Herr Töpper, was haben Sie für Glückwünsche des Landkreises mitgebracht und was wünschen Sie dem Unternehmen? Also für die unmittelbare Zukunft wünsche ich jetzt mal, dass das Wetter hält. Im Großen und Ganzen kann ich mich natürlich dem anschließen, was die Frau Bürgermeisterin gesagt hat. Ich wünsche vor allem immer motivierte Mitarbeiter. Ich denke, das ist die Grundvoraussetzung für jeden unternehmerischen Erfolg, dass sie Qualifikation und Motivation immer zu verbinden wissen, wie das in der Vergangenheit geschehen ist, um ein gesundes Wachstum hier auch weiterhin am Standort Goxheim im Landkreis Schweinfurt hier zu vollziehen. Das wäre mein Wunsch. Es ist tatsächlich so, auch von Seiten des Landratsamtes werden wir alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht, um Ihr Unternehmen zu fördern. Das ist uns, wie gesagt, ein großes Anliegen. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute mit dabei zu sein. Ich glaube, die Frau Beer mag das Grüne gar nicht so, die nimmt, glaube ich, lieber das schwarze Mikrofon, Herr Landau. Brauchen Sie gar nicht drüber gehen, das hätte sie eh abgelehnt, oder?